Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. www.sdc.at 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 Du bist schön. Was ist das, Kat? Was ist das, Kat? Was ist das denn? Das hat sich schön knackst. Haffnis. Hast du dich schon eingeblendet? Ja. Jetzt schon. Ich würde mich wirklich befreit haben mit dir, wenn du den Mann keinen Essen riechst. Ich bin deiner Mutter. Du möchtest mich nicht? Du möchtest mich nicht. Ich fechte mich dort zu. Jetzt geht es, wird schon. Siehst du nicht, dass das aber blöder wird? Die wird sich schon erfinden. Gibst du halt ein wenig Zeit? Alle sollen wir uns freuen. Der Schatz hat uns der Herrgott geschenkt. Sag mal Agnes, von wo ist denn du das Kind her? Jetzt stehst du auf und zügst dich an! Ich mochte es in Daviesbord. Ich glaube ich stirb. Es gibt den Verstoß mit den Händen in die Höhen.